Ja, hallo Freunde des Weidwerks. Heute möchte ich euch mal was Besonderes vorstellen. In dem Sinne, ich habe ja schon einige Rotlichtlampen getestet, was eigentlich nichts anderes war als eine klassische Taschenlampe, meistens taktischer Schalter und so weiter, mit ein paar Besonderheiten etc. Heute habe ich was, das nennt sich Schweinwerfer. Alleine wegen dem Namen hat es von mir schon ein paar Extrapunkte verdient sozusagen. Ich mag sowas, ja, hatte ich ja schon mal erwähnt. Und zwar hat das ein Jäger entwickelt, ein österreichischer, und der baut das Ganze auch. Das Ganze ist so eine kleine Mischung aus Lampe und Festinstallation. Das besteht zum einen aus dem Scheinwerfer sozusagen. Das ist also hier dieses Leuchtmodul mit einer Rotlicht-LED und unten einer Klemme mit einer Fassung für eine Mutter. Und das hinten ist quasi, was aussieht wie ein Audiokabel, ist ein Stromkabel. Dann kommt dazu eine Klemme, Universalklemme. Also ich kann den Schweinwerfer hier anklemmen, dort oder dort, sodass ich also für verschiedene Situationen gefeit bin. Je nachdem, ob ich die so anbringen muss, so anbringen muss etc. etc. Ist also sehr gut gemacht. Dann ist dabei ein Stromkabel, was nichts anderes ist als ein USB-Kabel auf der einen Seite und ein ganz normales Stromkabel auf der anderen Seite. Angeschlossen wird das Ganze an eine Standard-USB-Powerbank. Die war auch mit dabei, die wird mitgeliefert. Heißt aber auch, dass ihr das mit jeder anderen verwenden könnt. Wer das nicht kennt, das sind diese Zusatz-Akkus für Handys und Co. Und dann, jetzt wird es interessant, das Ding ist stufenlos dimmbar. Da gibt es zwei Einheiten. Entweder habe ich hier so mit Gürtelclip eine Einheit mit Dimmrad sozusagen, von 0 bis Maximum. Hinten sind die beiden Anschlüsse für Strom und jeweils zum Schweinwerfer. Oder, wer von euch mal Gitarre gespielt hat usw. kennt das auch noch, ein Fußpedal, mit dem ich dimmen kann. Ich habe bei meinen Tests das im Moment weniger benutzt. Das hat einen einfachen Grund. Es ist kalt draußen. Ich sitze meistens im Ansitzsack. Da wäre es mit Pedalen ein bisschen schwierig gewesen. Also ich habe die meiste Zeit das Ding hier benutzt. Die Entwicklung von den Dingen ist eigentlich ziemlich genial. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist es stufenlos dimmbar. Ideal ist der Schweinwerfer für mich für die typische Kirrung. Weil ich den fest montiere. Ich habe einen festen Bereich. Ich möchte ihn nicht viel schwenken. Und von der Distanz her würde ich sagen, so bis 50, 70 Meter arbeitet der sehr gut von der Leuchtkraft. Der leuchtet gleichmäßig aus. Der Lichtkegel hat keine Spots, gar nichts. Und was ich ziemlich genial daran finde, ist das Gewinde, was hier dran ist. Das ist das Standard-Kamera-Gewinde. Das bedeutet, ihr könnt euch beim Fotokamera-Zubehör bedienen. Ihr könnt ein Stativ dran schrauben. Ihr könnt die Klemme nehmen, die dabei ist. Ihr könnt sogar bei den ganzen GoPro und Co-Action-Kameras euch das Kopfband kaufen. Und könnt den hier oben festmachen. Und laufe da ein bisschen rum wie Robocop. Woher ich das weiß, ich habe es ausprobiert. Es ist ganz witzig. Es ist wirklich ganz witzig. Und das Geniale an der Powerbank ist eigentlich, es funktioniert ja jede. Ihr braucht nur einen USB-Anschluss und eine Stromversorgung. Das heißt, theoretisch könnt ihr den wahrscheinlich sogar in euer Laptop anschließen, wenn ihr es dabei habt. Und den mit Strom zu versorgen geht auch. Was ich aber viel besser finde, wenn ihr im Reviermeerejäger seid und ihr sagt, ihr habt jetzt eine Kirung, wo ihr Licht haben wollt. Dann kauft sich einer das Teil. Dann wird das in der Kanzel eingeschlossen. Oder ihr montiert es fest, wie auch immer. Es bleibt immer da. Und alles, was ihr mitnehmen müsst, ist so eine Powerbank. Also egal, wer auf die Kirung geht, ihr nehmt die Powerbank mit, das Ding funktioniert. Was auch cool dran ist, ihr könnt die Powerbanks ja mit euren Handyladegeräten aufladen. Ihr könnt es im Auto aufladen. Alles, was ihr dabei habt. Oder es geht ganz normal über die USB-Anschlüsse. Der große USB-Anschluss, der ist eben zum Saft abgeben sozusagen. Der kleine ist fürs Ladekabel. Hammer. Finde ich gut gemacht. Finde ich wirklich gut gemacht. Der Schweller ist sehr einfach zu bedienen. Einfach raufdrehen, runterdrehen. Der Stromverbrauch auf den geringen Leuchtstärken, der ist wirklich grandios niedrig. Also ich hatte das ausprobiert. Ich habe den abends um 11 Uhr angeschaltet. Niedrigste Stufe. Das war auf der Kirung, die ihr hier sehen könnt. Die Kirung ist so 20 Meter weg. Wenn die Augen angepasst sind, ist es hell genug, dass ihr Bewegung sehen könnt. Das ist also wirklich gut. Und ich habe den angelassen. Für die von euch, die jetzt denken, hä, wieso das denn? Also ich habe das öfter gemacht, wenn Sauen in der Gegend waren und ich habe die gehört und die kam nicht wirklich raus, habe ich die Lampe einfach schon mal angemacht. Auch die anderen Lampen, die ich habe, die heller sind als der in der kleinsten Stufe. Und denen macht das nichts. Die kommen dann irgendwann raus. Hat auch den Vorteil, dass ihr nicht Angst haben müsst, wenn das gerade in dem Moment anschaltet, wenn die Sauen da sind, dass die euch ausbüchsen sozusagen. Was hiermit sowieso geringer ist, ist das Risiko. Ihr schwellt also das Ganze immer nur so ein bisschen rauf, dass ihr genug Licht habt zum Ansprechen. Durch das Zielfernrohr oder das Fernglas wird das Ganze nochmal verstärkt. Das heißt, ihr könnt weniger nehmen, als ihr eigentlich mit dem Auge wahrnehmt. Am Anfang, wenn ihr seht, dass ihr denkt, oh Gott, da muss noch ein bisschen mehr. Wenn ihr das Fernglas nimmt und das Zielfernrohr, dann wird das Ganze noch ein bisschen stärker. Kommt natürlich darauf an, was ihr für ein Fernglas und Zielfernrohr habt. Aber wenn ihr ein Nachtglas habt, dann funktioniert das. Und ihr vergrämt die damit also nicht, weil Wild kann Rotlicht wahrnehmen. So ein Hauch hat keine Rezeptoren für Rot, kann aber einen Hauch wahrnehmen. Das heißt, je nachdem, wie vertraut sie sind oder wie schreckhaft gerade an dem Abend oder der Kirung kann es schon mal sein, dass sie weg sind. Also von daher funktioniert das super. Dann muss ich sagen, vom Stromverbrauch, da war ich ja gerade, ich habe den also angelassen von Abend zum 11 bis morgens um 5, 6 Uhr. Als es gerade hell wurde, das war jetzt Anfang Februar, je nachdem, wann ihr dieses Video seht, da war also noch genug Saft drin. Das war also überhaupt kein Problem. Und das Schöne ist, das Ding hat eben einen Jäger entwickelt. Der hat sich da wirklich Gedanken gemacht. Dann ist es so, dass ihr, wenn ihr schießen wollt, wenn es Rotlicht angeschaltet ist, müsst ihr eben gucken, was gerade bei euch erlaubt ist. In Rheinland-Pfalz ist es zum Beispiel erlaubt aktuell. Also da müsst ihr gucken. Ansprechen ist kein Problem. Das heißt, wenn es nicht erlaubt ist, müsst ihr es halt vorm Schuss ausmachen. Wichtig, daran denken. Und was auch noch wichtig ist, im Prinzip ist, ihr wollt ja, das ist höre ich öfter in den Jäger gemacht, meine, oh ja, die Sauen passen sich ja an. Entschuldigung, es ist auf Sauen schießen erlaubt in Rheinland-Pfalz, auf Sauen schießen. Dass die Sauen ja so schlau sind, die gewöhnen sich dran an das Rotlicht. Aber es ist halt wie üblich. Kennt jeder aus der Jägerprüfung, aus dem Jahrkurs. Früher hieß es immer, man bleibt in Zigarettenlänge auf dem Hochsitz sozusagen, also 10, 15 Minuten, damit auch das Wild nicht weiß, was da gerade passiert ist. Das Gleiche gilt hier auch. Das heißt, ihr lasst das Ding erst mal an, wartet ein bisschen, dann könnt ihr auch noch mal hören, ob die Sauen vielleicht weg sind, falls sie in der Ecke gewartet haben, ob der Kumpel noch nachkommt oder das Rottenmitglied. Und dann geht er erst runter. Auch wichtig. Dann habt ihr auch nicht diesen Gewöhnungseffekt, dass die Sauen irgendwann wissen, oh, da ist so rotes Licht, was sie ja nicht als rot wahrnehmen. Aber da ist irgendwas, ich hau lieber ab. Also von daher, wie gesagt, das Ding ist für mich ideal für die Kirrung. Ihr könnt es fest montieren, ihr habt die Hände frei mit dem Fußpedal. Das ist für mich noch so eine Steigerung, wenn ihr irgendwo an der Kirrung seid, wo ihr wisst, oh, die sind also sehr, sehr schreckhaft. Ich muss halt schnell sein. Könnt ihr also, wenn ihr schießen dürft, anlegen. Und wenn ihr dann denkt, okay, jetzt habe ich es ja angesprochen, schwellt dann auch ein bisschen rauf, damit ihr einen sicheren Schuss setzen könnt. Und die Sache hat sich erledigt. Also finde ich eine sehr gute Entwicklung. Die beiden Sachen hier sind optional. Also ihr könnt das mit A oder B oder mit beidem kaufen. Je nachdem, was ihr da gerade lieber habt. Universeller ist das Handgerät, falls ihr die Füße nicht frei habt, etc. Das gilt zum Beispiel, wenn ihr auf einer Leiter sitzt. Das habe ich schon mal gemacht. Oder falls ihr auch durch die Gegend laufen wollt, würde ich dann mit. Also es geht wirklich mit der Kopfmontage sozusagen. Ist das universeller. Wenn ihr wisst, dass ihr nur im Hochsitz sitzt und ihr wollt die Hände frei haben, dann nehmt das Pedal. Klappt wirklich gut. Ja, also in diesem Sinne, der Herr Weinbacher heißt er, hat sich richtig Gedanken gemacht. Links sind unten in der Beschreibung von dem Video. Guckt euch das Ganze mal an und schickt dem Herrn noch ein bisschen Feedback. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ist ein sehr netter Kerl. Wir haben öfter mal telefoniert. Und in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal. Und in dem Sinne, Weidmannsheil, bis zum nächsten Mal. Und in dem Sinne, Weidmannsheil.